Mit JTL WMS verwalten Sie Ihren kompletten Warenfluss sicher, schnell und einfach. In diesem Video stellen wir Ihnen die Inventur mit JTL WMS vor. Aufgrund der barcodegestützten Inventur direkt am Lagerplatz gehören Fehlbestände der Vergangenheit an. Sie wissen zu jeder Zeit, welcher Bestand auf welchem Lagerplatz liegt und brauchen sich um unzufriedene Kunden keine Sorgen mehr machen. Mit einem Klick wird in JTL WMS eine neue Inventur angelegt. Der Mitarbeiter wählt die Lagerplätze für diese Inventur aus. Sie können mehrere Inventuren für verschiedene Plätze gleichzeitig anlegen. Somit können mehrere Mitarbeiter parallel an der Inventur arbeiten und es werden keine Plätze doppelt gezählt. Die Inventur wird mit mobilen Datenerfassungsgeräten wie einem MDE, Tablet oder Smartphone durchgeführt. Sie können auf Wunsch aber weiterhin auch eine manuelle Inventur auf altbewährte Art abwickeln und die gezählten Bestände im Anschluss in JTL WMS nachtragen. Die mobilen Geräte führen die Mitarbeiter nacheinander zu den Lagerplätzen der Inventur. Jeder Lagerplatz muss zur Bestätigung einmal gescannt werden. Danach scannt der Mitarbeiter jeden Artikel auf dem Lagerplatz. Wenn der Artikel auf einem Platz häufig vorkommt, kann vor dem Scannen manuell die Menge eingegeben werden. Der Mitarbeiter wird nun wegoptimiert von Platz zu Platz geführt, bis alle Plätze gezählt wurden. Nach der Zählung aller Plätze kann in JTL WMS eine Inventurübersicht abgerufen werden. Es ist genau nachvollziehbar, welcher Mitarbeiter an welchem Platz zu welchem Zeitpunkt welche Menge gescannt hat. Durch Drücken auf den Button Buchen wird die Inventur gebucht und der Warenbestand korrigiert. Je nachdem, ob Sie eine Endjahresinventur für Ihr gesamtes Lager, eine Stichtagsinventur für bestimmte Lagerbereiche oder eine permanente Inventur wünschen, mit JTL WMS können Sie die Inventur flexibel an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Inventur mit JTL WMS. Schnell, mobil und einfach.